Horoskop für heute, Stier, 22. August 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Die Transite des heutigen Tages steigern Ihre Fähigkeit, sich auf häusliche Aktivitäten und Beschäftigungen zu konzentrieren, obwohl Sie sich im Laufe des Tages etwas unruhig fühlen könnten. Sie können schnell und einfach Lösungen für Probleme finden, die Ihnen ein sichereres Gefühl geben, vor allem wenn es um Familie und Ausgaben geht. Der Wunsch, sich einzunisten, es sich bequem zu machen und mehr Beständigkeit in Ihrem Leben zu genießen, kann jedoch mit Verpflichtungen gegenüber Freunden oder Gruppen kollidieren. Überlegen Sie, ob Sie es mit Ihrem Engagement für das Nestbauen übertreiben oder Ihrem Wunsch nach Komfort zu sehr für Ihr eigenes Wohl nachgeben. Verpflichtungen oder Einschränkungen können später am Tag etwas schwer erscheinen, aber Sie ziehen sich schnell aus einem Tief heraus und tun, was getan werden muss. Warten Sie nicht darauf, dass andere herausfinden, was sie brauchen, und suchen Sie stattdessen nach Möglichkeiten, Ihre Wünsche oder Sehnsüchte auszudrücken. Vor kurzem fand am Himmel eine fabelhafte Verbindung zwischen unseren größeren und kleineren Wohltätern statt, die bis in die Gegenwart reicht. Obwohl dies eine wunderbare Zeit ist, um Spaß zu haben, Kontakte zu knüpfen und romantisch zu sein, könnten auch Vorsicht und Messigung geboten sein. Da Venus im Quadrat zu Jupiter steht, werden Sie sich zweifellos beschwingt und optimistisch fühlen. Verbringen Sie etwas Zeit mit Ihrem Partner oder Ehepartner oder, wenn Sie Single sind, verabreden Sie sich mit jemandem, der Sie begeistert. Aber überstürzen Sie nichts, denn Sie könnten sich von der Beziehung mitgerissen und heiß über Kopf verliebt fühlen. Wenn Sie sich in den Wolken verlieren, könnte dies zu einem peinlichen Fehler führen. Wer schätzt Sie? Es gibt so viele neue berufliche und finanzielle Unternehmungen, die Sie in Betracht ziehen müssen. Während Sie Ihre Optionen abwägen, benötigen Sie ein Unterstützungssystem, das Sie leitet. Denken Sie darüber nach, wer Ihnen den Rücken stärkt, denn der Mond in Fische steht in Konjunktion mit Saturn im Rücklauf in Fische und im Quadrat zu Jupiter in Zwillinge. Einige Ihrer Arbeitsfreundschaften könnten derzeit auseinanderbrechen, insbesondere wenn Sie mehr Möglichkeiten haben als Sie. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie sich auf Kontakte konzentrieren, die in dieser entscheidenden Phase Ihres Arbeitslebens für Sie da sein wollen. Sie gelten als eher zurückhaltende Person, aber in Wirklichkeit können Sie auch intensiv und leidenschaftlich sein. Bei der heutigen Planetenkonstellation könnten Ihre Leidenschaften leicht entfacht werden. Erwarten Sie, dass Sie gut aussehen und sich gut fühlen und dass Sie sich selbst überraschen, was Sie alles erreichen wollen und können. Ihre Energie ist hoch und Sie können sich leicht positiv ausdrücken. Sie wissen besser als jeder andere, dass es sexy ist, gut auf sich selbst aufzupassen. Also lassen Sie Ihr tägliches Training nicht ausfallen. Sind Sie heute ein wenig ängstlich? Das ist möglich. Die Schwingungen des heutigen Tages sind elektrisch. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie aktiv werden oder kurzfristige Projekte in Angriff nehmen, anstatt an Dingen zu arbeiten, die Geduld erfordern. Achten Sie darauf, wie Sie in Gegenwart anderer Menschen reagieren, denn es bestehen bereits echte Spannungen, die sich noch weiter verschärfen könnten oder es sogar zu Trennungen kommen könnte. Wenn der Mond heute ihren Karriere-Sektor verlässt, markiert er das Ende des Vollmonds, was sich sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich positiv auswirkt. Der Abschied mindert den Druck auf Sonne und Merkur und verringert die Spannungen zwischen Arbeits- und Privatleben, aber nicht ohne vorher eine Dynamik zu erzeugen, die Plutos letzte zwei Wochen in ihrem Karriere-Sektor besonders bedeutsam machen könnte. Unterstützt von Mars und Jupiter in ihrem Einkommenssektor und mit beginnenden Entwicklungen an der Arbeitsfront offenbart, dieser Übergang alle notwendigen Elemente, um sicherzustellen, dass Plutos letzte Tage hier wirkungsvoll sind. Zur gleichen Zeit, während Venus, der Planet der Liebe, daran arbeitet, ihre letzte volle Woche in ihrem romantischen Sektor so romantisch wie möglich zu gestalten, geht ein Vollmond seinen Lauf, der ihre Walk-Life-Balance auf die Probe gestellt hat. Da die Sonne in nur drei Tagen in Herzensangelegenheiten in den Solarmodus wechselt, könnte es keinen wichtigeren Zeitpunkt geben, um die richtige Walk-Life-Balance zu haben. Täglicher Planetenüberblick Sollten sie es in sich behalten oder alles rauslassen? Es ist einer dieser Tage, an denen ihre Gefühle sich anfühlen, als würden sie auf einem Drahtseil balancieren. Die kosmische Energie ist heute etwas widersprüchlich, da der Mond in Fische mit Saturn im Rücklauf in Fische und Jupiter in Zwillinge im Quadrat steht. Diese beiden mächtigen Transite kollidieren, was sie unsicher machen könnte, wie sie ausdrücken sollen, was in ihnen vorgeht. Der Schlüssel ist, sich bewusst zu machen, mit wem sie zusammen sind und wo sie sind, bevor sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Emotionen sind eine mächtige Kraft, und die Energie des heutigen Tages verlangt von ihnen, vorsichtig mit ihnen umzugehen. Wir alle kennen Momente, in denen wir nicht ganz sicher sind, ob wir etwas sagen oder für uns behalten sollen. Waren sie schon einmal in einer Situation, in der sie nicht sicher waren, ob es besser oder schlechter wäre, wenn sie ihre Gedanken mitteilen? Manchmal kann Zurückhaltung eine Form der Weisheit sein, denn sie ermöglicht es uns, unsere Emotionen vollständig zu verarbeiten, bevor wir reagieren. In anderen Fällen werden unsere Gefühle nur noch intensiver, wenn wir sie in uns hineinfressen. Die Herausforderung besteht heute darin, die richtige Balance zu finden und zu wissen, wann man die Wahrheit sagen und wann man einen Schritt zurücktreten und nachdenken sollte. Wenn sie sich ein wenig unsicher fühlen, machen sie sich keine Sorgen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, innezuhalten und die Situation einzuschätzen. Fragen sie sich, ist dies der richtige Zeitpunkt und Ort, um auszudrücken, was ich fühle, oder welche Auswirkungen wird dies auf die Menschen um mich herum haben, auf ihre Umgebung und die Menschen, mit denen sie zusammen sind, zu achten, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Es geht nicht darum, ihre Emotionen zu unterdrücken, sondern sie auf eine Weise zu kanalisieren, die ihnen und ihren Mitmenschen zugute kommt. Positiver ist, dass die Energie des heutigen Tages ihnen auch den Anstoß gibt, mutigere Aufgaben anzugehen. Sie sind bereit, Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen, und diese selbstsichere Haltung wirkt magnetisch. Wenn sie das Leben mit dieser Art von Kühnheit angehen, werden sie feststellen, dass Verbindungen zu anderen leichter entstehen. Haben sie bemerkt, wie viel reibungsloser die Dinge zu laufen scheinen, wenn sie sich gut fühlen? Ihre positive Energie kann helfen, vergangene Konflikte zu lösen und Harmonie in ihre Beziehungen zu bringen. Es ist wie ein Welleneffekt, wenn sie mit sich selbst im Reinen sind, breitet sich dies auf die Menschen um sie herum aus. Aber hier ist eine kleine Erinnerung, Auch wenn sie sich selbstbewusst fühlen, verlieren sie nicht das große Ganze aus den Augen. Es ist leicht, sich von der Aufregung des Augenblicks mitreißen zu lassen und impulsiv zu handeln, aber das kann manchmal zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen. Sie möchten Situationen nicht unnötig stören oder versehentlich ihren Ruf schädigen, indem sie gedankenlos handeln. Wenn sie sich ruhelos fühlen oder vor Energie strotzen, versuchen sie, diese Begeisterung in etwas Produktives zu lenken, wie eine Freizeitbeschäftigung oder Sport. Körperliche Bewegung kann eine großartige Möglichkeit sein, diese zusätzliche Energie zu kanalisieren und sich gleichzeitig auf das Wesentliche zu konzentrieren. Apropos Energie, heute ist der perfekte Tag, um sich zu bewegen. Egal, ob sie ins Fitnessstudio gehen, laufen gehen oder einen neuen Fitnesskurs ausprobieren, sie werden wahrscheinlich feststellen, dass körperliche Aktivität ihnen genau den nötigen Schub gibt. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viel klarer Ihr Geist nach einem guten Training ist? Das liegt daran, dass Sie durch Bewegung nicht nur Ihre körperliche Gesundheit verbessern, sondern auch Ihr emotionales und geistiges Wohlbefinden ins Gleichgewicht bringen. Wenn Sie sich also von der kosmischen Energie des heutigen Tages ein wenig überwältigt fühlen, schnüren Sie Ihre Turnschuhe und bewegen Sie sich. Sie werden es sich später danken. Und vergessen wir nicht Ihre Träume und Ziele. Die Energie des heutigen Tages drängt Sie auch dazu, sich auf das zu konzentrieren, was Sie sich für die Zukunft wünschen. Mit diesem Schub an Selbstvertrauen und Enthusiasmus ist es der perfekte Zeitpunkt, Schritte zur Verwirklichung dieser Träume zu unternehmen. Ob es sich um ein persönliches Projekt, ein Karriereziel oder etwas handelt, das Sie schon immer einmal ausprobieren wollten, heute ist ein großartiger Tag, um diese Pläne in die Tat umzusetzen. Denken Sie daran, wenn Sie an sich glauben und etwas unternehmen, wird die Unterstützung, die Sie brauchen, ganz von selbst kommen. Ihr selbstbewusster Ansatz ist magnetisch und zieht Menschen und Möglichkeiten auf eine Weise an, die Sie vielleicht nicht einmal erwarten würden. Denken Sie also im Tagesverlauf daran, Ihre Emotionen durch Achtsamkeit auszugleichen, Ihre Energie in produktive Bereiche zu lenken und sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Egal, ob Sie an einer persönlichen Beziehung arbeiten, eine neue Herausforderung angehen oder einfach auf sich selbst achten, wissen Sie, dass Sie die Kraft haben, den heutigen Tag zu einer positiven und erfüllenden Erfahrung zu machen. Und hey, wenn Sie sich jemals in einer Situation befunden haben, in der Sie nicht sicher waren, ob Sie sich zurückhalten oder alles rauslassen sollten, teilen Sie uns Ihre Geschichte mit. Wofür haben Sie sich entschieden und wie ist es ausgegangen? Ihre Erfahrung könnte genau das sein, was jemand anderes heute hören muss.